An den Piloten des Schiffes mit der Nummer 8, 2, 0, 6, 1, bitte räumen Sie die Landebucht. Ihre Liegedauer wurde überschritten. Damit sind wohl nicht wir gemeint. Willkommen zurück beim Ternkonflikt. Wir sind zur Abwechslung in Königstal und hier unten ist meine neue Orca. Ja, die alte hat sich ja irgendwie gegen Asteroiden geklatscht. Na gut, mein Verschulden war es nicht. Ja, die ist jetzt natürlich alles andere als ausgerüstet, aber ihr habt mir gleich in den Kommentaren geschrieben, ich kann ja hier den Komplexbauteilsatz kaufen. Kaufen, dann spare ich mir den Weg, dann spare ich mir den Weg rüber. So, jetzt wollte ich gelandete Schiffe, achso hier, genau, Warenaustausch mit Orca. Und zwar wollte ich dem Energiezellen geben, damit er den Komplexbauteilsatz rüberbringen kann. Energiezellen, transferiert. So. Genau. Warte mal. Ihr habt doch gesagt... Ne, hier gibt es keine Energie. Doch, ihr habt gesagt, Sekunde... Da. Ist gar nicht so weit weg. Energie... Energiezellen, wie bitte? Vier Stück hat der. Achso, 476. Dachte gerade, warum vier von sechs? Passt doch gar nicht. 476. Ja, 416. Kann ich mir sparen. Ich würde sagen, ich mache mich vom Acker. So. Erzgürtel. Jetzt wollte ich den letzten... Genau, das Sheld Aquarium wollte ich anschließen. Und danach wollte ich mich um meine Frachter kümmern. Das heißt... Bohr an Schiffswerfen. Oh, warte mal. Handel. Achso. Geht ja gar nicht. Ach, der ist ja schon aufgerüstet. Kann ich mir also alles sparen? Komplex Bauteilsatz. Genau. Weißt du was, Kumpel? Flieg erst mal rüber. Kommando, Kommando, Konsole, Navigation. Springe bitte nach... Erzgürtel. Und klatsche nicht gegen einen Asteroiden. Danke. Kommando akzeptiert. So. Und ich springe auch rüber. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiere Sprung. Sprungantrieb wird geladen. Erreiche System. Erzgürtel. So. Gleich mal Platz machen hier. Da dürfte nämlich gleich ein Orca durchkommen. Eingehende Nachricht. Sprungantriebsknecht. Sprungantriebsknecht. Ah, du bist wieder zu Hause. Sehr gut. Warte. Ich wollte für dich machen. Kommando, Konsole. Ähm. Genau. Ausrüstungspaket wählen. Nividium Gaia. Ja. Ähm. Ne. Ausrüstungsübergabe wollte ich machen. Und zwar an den Gaia und an den Gaia. Ja. Ach so, hier jetzt ein Paket auswählen. Genau so. Danke. Und jetzt wolltest du Beschaffungstuch starten. Kommando akzeptiert. Danke. Da sind die beiden Geiern nämlich, ähm, einsatzbereit. Sie sprechen mit dem Automatis. Gibt es etwas, wo Sie kommen weg? Übertrage jetzt die Daten. Wir brauchen Waren. 16.000 Energiezellen. Sind Sie daran interessiert? Ich wäre interessiert, wenn ich ein Schiff hätte, was die rüberbringen kann in 15 Minuten. Moment. 16.000 Energiezellen, sagt ihr. Für 6 Millionen, ja? Warte mal. 16.000... Die Zahl tausend... Ne, nicht ganz. Ähm. Rotes Hauptquartier... Ne, halt. Antigone. Ressourcenproduktion. Wie viele Energiezellen hast du? 39.000. Keine Schiffe gelandet. Okay. Ich brauche... Bitte. Bitte lass jetzt hier ein Frachter sein. Sehr, sind nur die Kleinen. Ich kriege 4.000 rein. Habe ich nicht noch einen großen Frachter irgendwo? Trantor. Trantor werft. Gelandete Schiffe. Die können ja nicht landen. 4.000. 8.000. Privatfrachter. Äh, auch bloß ein 4.000er. Ich muss da noch irgendwo so ein verdammten... So ein verdammten Super... Dings da rumhängen haben. Nur für 10 Minuten. ... ... ... ... Bereitschaft. Universumshändler. Verkauf zum besten Preis. Argnufleisch. Du hast hier nichts zu suchen. Ach, warte. Argnufleisch. Transfer. So, tschüss. So. Nicht. Schade, ich habe keinen. Quatsch. Was hast du für ein Schiff? Der ist in Bereitschaft. Hier ist auch ein Schiff. Energie. Hier ist kein Schiff. Hier sind zwei Schiffe. Raketentransporter. Okay, der wartet. Nö, habe ich kein Schiff jetzt zu griffbereit. Na, ist auch egal. Ah, Mann. Das juckt. Das juckt. Schiffe. Baue ich ihn. Kein Befehl. Kein Befehl. Kein Befehl. Kein Befehl. Ausrüstungs-Octender. Versorger. Was bist denn du für einer? Die muss ich mich mal kümmern. Ah, dass sie... Oh, jetzt kommt. Tanker. Argon Schiffswerft. Mistral. 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 Das sind meine Fünfe. Solanus. True-Light-Sieger. Wieso sind die alle in Bereitschaft? Ach ja, da sind meine Energiefrachter. Nö, ich habe keinen mehr. Ist auch egal. Dann gucke ich jetzt so was da an. Was soll sein, Pilot? Wie gerufen. Ich hätte da etwas, woran sie interessiert sein könnten. Ich brauche jemanden, der verschlüsselt jetzt die Daten für die Übertragung. Es mag sein, dass dieser Aufgabe hat problematisch in Lieder. Glauben Sie, dass sie der Aufgabe gewachsen sind? Ähm, das kann ich hier sagen, wenn ich im Xardir nachgeguckt habe. Argonen. Partikelbeschleuniger. Wo ist denn die da? Kanonenschmiede. Kostet? Vier Millionen. Du bietest 18. Nimm ich. So, jetzt Orkan. Kommando. Kommando Konsole. Ähm, Spezial. Stationaufbau. Komplex Bauteilsatz von Schmerzgürtel nach Chen. Kommando akzeptiert. Jetzt sind alle da. Gut. Und jetzt will ich von Alman Prime die Partikelbeschleunigerkanonenschmiede. Kommando, Kommando Konsole, Navigation. Springe bitte nach Alman Prime. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wo war mein Tender? Genau hier. Hast du noch genug Energiezellen? 2000. Okay. So. 25 Megaschulversorger. Warum blinkst du rot? Du hast zwei Impulsstrahlenmitte. Das hat zu reichen. Okay. Eingehende Nachricht. Sprungantriebsknecht ist wieder zu Hause. Danke. Danke. So. Genau. Kontrollzentrum. Alpha. Keine Energiezellen. Warum nicht? Hast du kein Geld? Doch. Info. Du bist? Ah. Er bringt 9.000 Energiezellen. Gut. Ich muss gucken, dass ich den hier nicht alles leerkauf. Aber egal. Das fördert die Wirtschaft. Moment mal. Was fliegt denn da oben alle drum? Moment. Das sind die Reste von meinem... Von meinem... Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springen und fliege zur Position. Ähm. Nordtor. Da. Kommando akzeptiert. Okay. So. Eingehende Nachricht. 25 Megajouleversorger. Ja. Kommando. Kommando Konsole. Handel. Starte Handelsvertretung. Du bist immer noch Lieferant. Du bist immer noch Einkäufer. Und Warenliste. Der kauft Energiezellen und Rasteröl. Rasteröl können wir eigentlich sparen. Du kaufst nur noch Energiezellen. Kommando akzeptiert. Genau. So. Wolkenbasis kauft Energiezellen. Alles klar. Jetzt ist nämlich das Wichtigste, dass ich jetzt in Heinrichs Nebel gelandete Schiffe. Fangen wir oben an. Name ändern. Aber warte mal. Du bist ja kein Dings. Du bist ja nur ein... So. Genau. Scabbard. Kommando Konsole. Personal. Hm. Was haben wir da im Angebot? Frachtbooten und Lieferant. Der muss nicht springen können. So. B. Kommando. Kommando Konsole. Du gehörst jetzt... Der Kahuna Presse? Ach so, richtig. Kommando akzeptiert. Moskito-Rakete. Nicht installiert. Waffensysteme. Nicht verfügbar. Na gut. So. Kommando... Kommando Konsole. Handel. Starte Handelsvertretung. Eingehende Nachricht. Ware hinzufügen. Du kaufst Agno-Fleisch an. Genau. Einkäufer bist du. Tätigkeit. Nein. Übernehmen. Ach so, hatten wir gerade. Stationseinstellungen. Heimatsektor. Ist klar. Sprungreichweite. Warte mal. So. Ja. Ja. Mindestsprungweite. Ist okay. Ja. Ja. Spezielle Ausrüstung. Ja. Automatische Benennung kriegst du wieder die vier. Und... Kommando akzeptiert. Kaufe Ware Moskiten. Ja gut, der kauft natürlich erst Moskitos. Eingehende Nachricht. Ist mir auch recht. So. Orkan. Handel. Du kaufst bitte eine... Was haben wir gesagt? Partikelbeschleuniger Kanonenschmiede. Partikelbeschleuniger... Ähm... So. Halt, warte. Energiezellen transferiert. Danke. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Springe bitte nach... Ich trottel. Du willst eine Partikelbeschleuniger Kanonenschmiede hier unten bauen? Warum? Kommando akzeptiert. Ähm... Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Springe und fliege zu. Ich trottel. Ich trottel. Jetzt... Jetzt habe ich dem diese Energiezellen geklaut. Ach... Na gut. Navigation. Docke bitte an. Heimat des Lichts. Trantor. Das schaffst du schon, Freundchen. Rückerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Fertig. Plünder Hannes. Okay, er sammelt den ganzen Zirkus ein. Alles klar. Dann könnte ich eigentlich, äh... ihn in Alman Prime wieder, ähm... andocken. Und dann kann er das gleich alles auf den neuen, äh... Orca rüberpacken. Traktorstrahl, Phaser, Repetilgeschütze, Energieplasmawerfer. Ja, ja. Kann er alle gleich wieder rüberholen. Alles klar. Plünder Hannes. So. Und ich muss jetzt in die Wolkenbasis. Sprungantrieb wird geladen. 10% Ich sollte vielleicht auch mal auftanken, sonst steht auch auf den Trocknen. 40, 50%, 60, 70. 80, 90, initiiere Sprung. Und da muss ich auch noch zu Fuß nach Hause gehen. Ich habe den Königstall, ja, so wie ihr gesagt habt. Erreiche System. Wirkenbasis Südost. Trotz des Preises Energiezeit kaufen sollen. So. Navigationsbacke. Genau. Kommando. Kommando Konsole. Kommando Konsole. Kommando akzeptiert. Kainz eingehende Nachricht. Sie haben 6 Millionen. Danke. So. Orca. Springe und fliege zur Station. Argon Prime. Frachtraum geschlossen. Kommando akzeptiert. Du hast den Frachtraum geschlossen. Warte, das war jetzt ein Erzgürtel. Alles weg. Okay. Plünder Hannes. Du fliegst nach Argon Prime. Undock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. So. Und jetzt kann ich mich endlich um eine Frachter kümmern. Gelandete Schiffe. Scubber. Nee, warte. Der. Erweiterte Optionen. Name ändern. Ähm. 25 Megajoule. Versorger. So. Scubbert. Erweitert ob... Nee, halt. Kommando Konsole? Hm. Personal transferieren. Der Frachtboote. Kommt dahin. Danke. Kommando. Kommando Konsole. Erzgürtel. So. Eingehende Nachricht. Ach so, ja. Ist auch egal. Kommando akzeptiert. Ich müsste hier noch... Äh. Moskito-Rakete. Nicht installiert. Waffensysteme. Nicht verfügbar. Oh, warte, warte, warte. Daran können wir was ändern. Gucke mal. Moskito-Rakete. Transferiert. Ähm. Ach so, Waffen hast du ja gar keine. Impulsstrahlen emitter. Installiert. So. So. Ach, hat er ja schon. Alles klar. Danke. Ach, Quatsch. Gelandete Schiffe. Du. Kommando. Kommando Konsole. Jetzt. Erzgürtel. Ähm. Du wirst... Handeln. Handelsvertretung sein. Datenspeicher. Laden. Einkäufer. Erzgürtel. Warenliste. Energiezellen. Danke. Ein- und Verkaufsbedingungen. Du bist ein Einkäufer. Erzgürtel. Warte mal. Ich mach mich mal. So. Kampfdrohnen. Ja. Ja. Automatische Benennung. Vier. Änderung übernehmen. Alles klar. Kommando akzeptiert. Jetzt sind zwei Versorger unterwegs. Das sollte eigentlich reichen, damit meine Station in Erzgürtel in Kürze aufhört zu blinken. Nicht wahr? Ja, die hat schon wieder 293. Okay. So. Kristalle macht sie jetzt momentan für, äh, für Blödsinn, weil ich habe ja kein Solar installiert. Panzerungsfertigung. Oh, die hat schon zwei Schilde. Juhu. Okay. Warum? Was ist dein Problem? Ja, 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 gut. So. Dann löschen wir das mal. So. Was ist jetzt dein Problem? Warenlisten. Nee, normalerweise könntest du sofort wieder starten. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Orca. Okay. Ah ja, du bist wieder zu Hause. Genau. Da kommt der Blinder, Hannes. Alles klar. Gut. Kahuna-Presse, L-Beta. So. Dann müsst ihr doch eigentlich jetzt in rotes Hauptquartier. Ein Kahuna-Versorger rumfliegen. Info. Lieferant. Ziel Kahuna-Presse. Zurück zur Heimatbasis. Und der hat dann... Ach. Stimmt, der ist noch bei den Energiet... Äh, bei den Moskitos. Der soll eigentlich jetzt hier bei den Ranges... Das Zeug aufkaufen. Das Zeug soll er jetzt aufkaufen. Und daraus, ähm, Kahunas machen. Und dann mal schauen, was draus wird. So, jetzt habe ich eigentlich das weiteste sortiert. Ich würde sagen... Habe ich jetzt den Auftrag hier gemacht? Ja. 73.000. Oh. Apropos 73.000. Ich weiß, was ich noch nicht gemacht habe. Trantor-Werf. Gelandete Schiffe. Geier. Hol du dir mal bitte. 5 MJ-Schild. Ins eingehende Nachricht. Ähm, Energiezellen? Energiezellen. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Und du? Nimmst dir auch mal ein Schild? Sicher ist sicher. 5 MJ-Schild. Installiert. Und ein paar Energiezellen. Energiezellen. Transferiert. Genau. Gaia. Kommando. Kommando. Kommando-Konsolen. Navigation. Springe nach. Fortwährende Sünde. Und gehe dort zur Position. Kommando akzeptiert. Genau. Der zweite Kommando. Kommando-Konsolen. Navigation. Springe nach. Fortwährende Sünde. Und gehe auf Position. Tralala. Kommando akzeptiert. So. Was machst du jetzt eigentlich? Eingehende Nachricht. Produziert Gaia. Und braucht nur noch 13 Stunden, bis er greift, zerlegt ist. Okay. 0 Prozent. Warum? Genug, 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 genug. Kredits 99.000. Wie viel hast du? Eine Million. Ach so. Er zählt ja schon. Produktionsfortschritt. Ja. Eine Stunde brauche. Alles klar. Läuft alles, würde ich sagen. Blinder Hannes. Erweiterte Option. Warenaustausch mit Orkan. So. Schilde. Den Traktorstrahl bekommst du wieder? Traktorstrahl. Transferiert. Partikelbeschleuniger. Partikelbeschleunigerkanone. Entfernt. Nein. Partikelbeschleunigerkanone. Installiert. Phasenrepetiergeschütz. Transferiert. Energieplasmawerfer. Transferiert. So. Deine Drohnen brauchst du. Energiezellen. Kannst ihm ruhig ein paar geben. Energiezellen. Transferiert. Wespen. Moskitos. Sicher ist sicher. Moskito-Rakete. Transferiert. Ja. Gut. Danke. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springe bitte und fliege nach Hause. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kampftender. Kommando. Kommando. Kommandokonsolen. Navigation. Docke mal bitte an. Und hol mal erstmal neue Energiezellen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend. Und da muss ich auch selber noch auftanken. Siehst du, habe ich eigentlich geguckt, ob ich hier die Piloten noch habe. In Erzgürtel war das, wa? Nee, da liegt kein Pilot rum. Laser nicht verfügbar. Wie? Ich habe den Kampftender doch die Laser gelassen. Achso, Kampftender. Wo sind die? Wo sind die? Da! Neuer liegt hier auf dem Weg. Eingehende Nachricht. 32.000, alles klar. 7 6 5 Erweiterte Optionen Warenaustausch Du bekommst von mir Energieplasmawerfer transferiert So, alles klar. Dann würde ich sagen, war es das. Danke fürs Zuschauen Danke für eure Tipps zu Kommentare Macht's gut Genießt den Tag Und vor allem See you later Andock-Vorgang erfolgreich Willkommen zu Hause an Bord Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt 2 2 2 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017